Hallo, hier ist Stefan von unserer Sammlerteam. Willkommen zu einem neuen Video. Heute öffnen wir ein Klassik-Maxi-Ei für Weihnachten. Mal sehen, was da enthalten ist. Viel Spaß und los geht's! Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist doch mal ein richtig schöner Inhalt. Ich meine, passender geht es zur Winter- und Weihnachtszeit einfach nicht mehr. Und wenn man sich den Beipachzettel anguckt, richtig kreativ. Ich glaube, Ferreru hat damit wieder einmal bewiesen, es müssen nicht immer Lizenzen sein. Eigenkreation einfach wunderschön. So, ich hoffe, euch hat das Video wieder viel Spaß gemacht. Lasst ein Abo da und einen Daumen nach oben. Besucht uns auf unser Sammler-Team. Denn wir wollen hier schaffen, dass wir wirklich einen aktiven Kanal für Sammler haben. Ohne Werbung, ohne Produktplatzierung, ohne finanziellen Interesse. Wir von unser Sammler-Team möchten das Hobby einfach präsentieren und euch hoffentlich ein bisschen Freude mit den Videos bereiten. Besucht uns auf www.unsersammlerteam.de Bis zum nächsten Video. Eine schöne Zeit wünscht euch euer Stefan von unser Sammler-Team.